... eines neuen Fahrzeugs, Region Zürich, Stau und stoppende Verkehr auf der U-Land-Auto-Bahn-Richtung Drittgesellen an Regenau und statt einwärts auf der Sino-Strasse, so wie der Tau-Kahn und der Karte. Und jetzt gibt es Zeit. Es ist ein Feind. Nein. Ja, liebe Jutta-Freunde, es läuft eben Bau raus. Zuerst Kaffee-Time. Dann habe ich da wieder mal eine andere, neue Maschine ausgeliehen. Eine breite Walze, um da mein Eiweiss-Erzenfeld zu walzen. Die Draule ist klappbar, sieht gut aus, ich denke, drei, sechs, neun, ja, ich weiss nicht wieviel Meter breit, ich muss schauen. Ich glaube, acht Meter breit, ungefähr. Ja, es ist zügig, ausserhalb des Traktors. Warum? Wenn ich da meinen Kaffee lieber im Traktor geheizte. Ja. 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 ppt- Ja. Da muss ich dich doch wünschen, es ist ja nicht das Herzen wahr, dass du mich zu dir hast, wenn du lustig durch die Hölle gehst, auch dass wir dich überstehen. Oh! 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 So, sehr schnell habe ich das Feld gewalzt. Mit der Breite von 9 Metern ist das nicht schlecht und ich konnte auch langsam fahren. Gute Arbeit gemacht diese Walze. So, bringe Walze wieder zurück nach Frau Brummen zu meinem Berufskollegen. Und dort habe ich gedacht, konnte ich die mieten. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020